Mode-Diktatur Gegenwert, wer nicht euer Geld verehrt, entspricht nicht eurer Norm, er wird versklavt und kommt aufs Horn. Es soll noch Menschen geben, die die Mutter Erde verehrt, es soll noch Menschen geben, die sich gegen die Götze wehrt. Eure Götzen sind die Scheine aus Papier, die euch regieren, wegen denen viele Menschen ihr gewissen zu schnell verlieren. Zu schnell verlieren, zu schnell verlieren, zu schnell verlieren, zu schnell verlieren, zu schnell verlieren. Täglich wird alles teurer, die Inflation habt ihr nicht mal bemerkt. Systematisch haben sie euch verblödet, mit Handystrahlung dumm gemacht. Sie wissen ganz genau, sie können tun mit euch, was ihnen passt. Ihr wehrt euch nicht dagegen und der Einzelne wird ausgelacht. Ihr seid ihre Sklaven, euch zu peinigen macht ihnen Spaß. Denn ihr seid blöd, denn ihr seid feig, ihr tut mir einfach nur leid. Es soll noch Menschen geben, die die Mutter Erde verehrt. Es soll noch Menschen geben, die sich gegen die Götzen wehrt. Eure Götzen sind die Scheine aus Papier, die euch regieren, wegen denen viele Menschen ihr gewissen zu schnell verlieren. Zu schnell verlieren, zu schnell verlieren. Zu schnell verlieren, zu schnell verlieren. Zu schnell verlieren, zu schnell verlieren.